Sagt mir auch, ihr habt es nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen, warum rennt mich das Kanegel um? Äh, es ist wirklich... Äh, ja, ja, oh, ich nehm hier alles... Boy, that escalated quickly. Yo, so witzig und so Mädels, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich gegen meine Mods... Hört sich grad an wie ne Papa-Platte-Intro. Heute habe ich gegen meine Mods ein Schuss-Duell abgeliefert, und zwar mit dem lieben Eli und mit dem Suiwi. Suiwi hat immer gesagt, dass er besser als ich ist. Ob er das ist, das seht ihr jetzt. Jungs, ich würd sagen, wir nehmen... Hat jeder die Sasa? Ich denke, oder? Jeder hat die. Ja, stimmt eigentlich. Jeder hat die. Okay, okay, okay. Ja, jetzt werde ich so langsam ein bisschen nervös, dass ich's komplett verkacken. Ich, ich, ich krieg das hin. Stimmt, welches Visier benutzt ihr hier? Ja, das normale, oder? Das, das mittlere. Das Hyperion, oder? Nehmen wir. Ich mein, niemand nimmt das andere, oder? Ja, okay. Also, so dolle. Jungs und Mädels, dann würd ich sagen... Achso, warte mal, wie machen wir das? Nicht jetzt von jedem fünf Schüsse, sondern... Äh, doch, halt von jedem, aber bis wieviel Meter? Wir machen ja keine 500, oder? 300, ja. Hätte ich auch gesagt, 300, okay. Also, machen wir 50. Kommt 500 Meter als extra. Okay, dann machen wir 500 Meter als extra, okay. Masi fängt an. Okay, jeder Einzelne, okay. Okay, dann fange ich jetzt an. Immer alle fünf, oder? Äh, ist das... Man sieht schon, der komplette Schussbahn. Ich weiß nicht, wie man seinen Hund ist, aber... Ja, 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 schaut's euch an. Als wären 50 Meter. Okay. Meiner lasse ich. Ich hoffe, wer ist er denn? Dann, äh, würde ich sagen, ja, ist wohl wie... Ne, lass eh den Vortritt. Lass eh den Vortritt. Ja, kein Stress. Okay. Ja, okay. Ja, ja, ja. Okay, 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 so wieviel. Also, wer bei 50 Meter auch verschießt, er ist aber wirklich ein Loser. Ja, okay. Ja. Ja. Ja, bei so wieviel geht das ein bisschen flott. Okay. So, machen wir 100 Meter. Gut, dann lass, dann lass mich mal hier ran. Mach's ja drauf dich. Da wohl nichts. Oh, ho, 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 ho. Ich hab jetzt schon... Ich bin überhaupt geredet. Hey, mach dein Ding. Egal, 100 Meter ist gar nicht mal so einfach, jedes Mal die Zehen zu treffen. Ja, 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 nervös. Da steigt in der Müßigkeit. Okay. Okay, okay, okay. Ja, okay. Mhm. Na ja, Eli, äh, okay. So 150. Ist das die Asina? Nee, oder? Doch. Asina. Aha. Obwohl, eigentlich, ich mein, so ein großer Unterschied ist das jetzt nicht. Dann wechsel mal schön die Waffe. Ja, jetzt wird's knackig. Ich bin voll nervös. Okay. Okay. Ich hab's gemacht. Äh, ja. Auch vielleicht mal ein daneben setzen, Eli. Jetzt vielleicht. Ja, okay. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, wir sind bereit. Mhm. Oh, 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 oh. Achso, nee, okay. Ich dachte kurzzeitig. Ja, okay, mach dein Ding. Guck mich nicht so an. Okay. Okay. Ja, ich weiß. Ihr seid gute Schützen. bis 200 Meter. Jetzt kracht's bei mir, glaube ich, das erste Mal. Glaube ich. Gut möglich. Jungs! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein, 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 nein. Unglückliche... Eh, disqualifiziert, Freundchen! Okay, dann Teigwasser kannst. Boah, egal, 200 ist gar nicht, geil. Ha! Acht! Okay, 45. Aha. Okay. Ich seh's. Ja. 250 Meter. Da geh ich jetzt auf die 300er Nullung. Mhm. Was ja konzentrieren. Oh Mann! Okay. Ist okay, 48 ist okay. Warum schießt du die ganze Zeit auf die falsche Zielscheibe? Ja, ich schieße die ganze Zeit auf die 7, das tut mir leid. Neun. Neun. Mhm. Neun. Eli ist der Meister der Neuner. 10. Und die 8. 45. Ist okay. So, Eli. Lass knacken. Find ich nicht gut. Die 9. Die 9. Die 10. Okay. Und noch mal eine 10. Also auch 48. So, und jetzt gehen wir auf die schöne und letzte Zahl, die 300er. Ach du Scheiße. Das ist wirklich so weit weg immer gewesen. Ey, Mann, Digga. Also für mich ist das auf jeden Fall eine 10. Mann! Also das kann es ja wirklich nicht wahr sein. Das ist also eine Frechheit. Die 10? Was denn das? Okay. Ja, okay, Digga. Ah, 9, aha. 9, aha. 10. 48. Und jetzt 500. 500. Okay. Schieß Luftgewehr. Das ist sehr, 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 sehr cool. So, ich muss hier auf die 6 schießen, ne? Die ganze Zeit. Die 7 geschossen. So, 500. Warte mal. Ich mach mal so ungefähr. Ich brauche nicht. Nee. Ja, so wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Das ist... Und was habe ich mir da eigentlich gerade... Ähm... Okay. Aha, ich glaube, jetzt habe ich es. Letzter Schuss. Ach, Mann. Die 1, Ding. Wie kann man die 1 denn treffen, hä? Vielleicht ist es dem ein oder anderen aufgefallen. Ich habe aus Versehen einen Schuss zu viel abgegeben. Das bedeutet, den einen Punkt zum Schluss kriege ich nicht mit dazu gezählt. Eli, lass es knacken. Mach dein Ding. 0. 0. 0. 0. Das ist echt nicht einfach. 0. 0. Ich denke, aber es ist wirklich... Das ist wirklich nicht mehr normal. Eli. Ich glaube, das wird heute nichts mehr, sage ich. Ich zeige jetzt, was er kann. 500 Meter. Aha. 5. Eli. Was ist das? Okay. 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 Da gibt es hier wahrscheinlich einen klaren Sieger. Ich glaube, da... Die Punkte glaube ich auch gar nicht aufzählen. Du bist letzter. Ja. Wir zwei haben gewonnen, ne? Swivi. Nein. Swivi. Ja. Okay. Warte. Das Schuss auf die 500. Jetzt ohne Pressure. Guck's dir jetzt an. Ohne Pressure. Ja, 500 war Knockout. Ja. Finde ich auch. Tatsächlich. Ja, Swivi spielt aber schon seit Ewigkeit auf dem PC. Und damit endet das Video. Genau mit dem Satz endet das Video. So, das war es jetzt auch von diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Swivi wird nie mehr in Videos mehr vorkommen. Nein, Spaß. GG an Eli und natürlich an Swivi. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat beim Zuschauen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Marci. Reingehauen. Euer Marci ist ein Jäger voller Leidenschaft. Mit seinem Jägerschaft, der immer alles schafft. Okay, vielleicht nicht immer bei der Reimer gesessen, oder? Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.